Let's go! So, jetzt nochmal offiziell herzlich willkommen bei UNO. Bin ich jetzt gesperrt? Ne. Ja, Arschloch. Wir scammen die Programme, trete ich sehr gerne bei Moti. Das gefällt mir. Okay. Ich bin gerade maximal verwirrt. Es ist jetzt ungünstig. Ja, blöd, ne? Du musst legen. Es ist grün, scheiße. Ich hab verkackt. Ich dachte, wir hätten noch blau. Ich wollte gerade bei der Camp Kleider machen, das war aber nicht befreundlich, wenn ihr mich rausschmeißt. Wir machen mal den hier. Nein. Aber ich lieb. Ich hab ihn nur ganz doll lieb. Ich hab ihn nur ganz doll lieb. Ey, wieso musste er nicht ziehen? Weil Paul dazwischen geschmissen hat. Weil ich hab auch ihn nur ganz doll lieb. Wenigstens einer. Noch. Och, Kinder. Ich hab auch gesagt, ich hab dich ganz doll lieb. Hm. Nein. Nein. Oh. Oh. Er war jetzt eigentlich durch die Zahl zerlegen, aber ich hatte keine anderen. Ich darf jetzt das schon ziehen. Schade. Ich hab mich gerade richtig gefreut. Ach nee. Was? Nein. Das ist eine Lüge. Das ist eine Falschmeldung. Lügenpresse. Lügen. Oh Mann. Ich krieg die Möglichkeit das aufzuhalten, dann lege ich auch noch falsch. Doof, ne? Ja. Ui. Warte. Wieso leuchtet die? Ja, weil es seine letzte ist. Ach Gott. Ja dann hier, wir tauschen wieder zwei. Ach. Gämmschön. Du Arschloch. Du Arschloch. Du kleine Pissnelge. Hehehe. 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 Guck, ich weiß ja, dass ihr beide jetzt nicht könnt, das ist ja schonmal gut. Ja doof, ne? Oder ich hab weil... Nãon. Nein. Das kann ich verarbeiten. Das was ich sobericht. Ahhh. Haaaa. Kaiin Er发. Ei, warte. Nein, scheiße. Hpeim. Du Arschloch. Ja, ich bin doof, ich weiß Ich hab's volle Kalle verkackt Äh, nur dein Ernst? Ich hab's da mir die Chance, das zu retten Und ich knall nochmal die Plus 2 rauf So, das war's mit Uno in dem Stream heute Abend Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, ciao Na, ich mach mal jetzt grad noch die Cam kleiner Jetzt hab ich sie ausgemacht, super So, KI-Mampfer darf nicht Ja, KI-Mampfer muss ja auch nicht So, wir sind wieder dabei So, jetzt passt das Vor allem diese entspannende Musik Bei so einem Game Iiih, das ist ja lustig Ich könnte mir selbst dazwischen legen Ups Ja, dann ziehen wir mal, ne? Bis was geht Wenn ich jetzt taktisch clever wäre Würde ich mir einfach einen Stream aufmachen Und gucken Ach du Arschloch Ich kann eh einfach zu ihm rüber gucken Was ist ein KI-Mampfer für ein Arschloch, Alter? Der besiegt uns hier noch alle Ja, ich glaub, Enno macht uns Danke, Enno Bitte Oh, ich darf doch jetzt gleich wieder ziehen, ne? Ich kann nehmen Habe ich, bin ich ja einzige, das Gefühl hat, dass das immer ein bisschen dauert Bisschen länger dauert, bis man hier... Ach du Arschloch, KI-Mampfer, Alter Dein Ernst? Und ich hab hier die vielen Arten Super Ich will auch dran kommen Danke, dass ich überschwungen werde Meine Karten sind richtig super toll Nehmt sie euch Ah Ha ha Ja dann, weiter damit Ah ha ha Jeder was er verdient Und Enno verdient's halt einfach Ja Ja, richtig Ich hab euch auch beide lieb Oh, er hat's gut Oh, ja Ja Bildert richtige Du kannst mich mal Ha ha KI-Mampfer Karma Bester Karma-Mampfer Besser Nicht KI-Mampfer Karma-Mampfer Ich konnte nichts anderes nehmen Und das Game ist zu Ende Nein, schade Ich konnte nicht unentr... Nein, nicht KI Nicht die scheiß KI Ah, deshalb konnte ich nicht unentrücken Diese entspannende Musik bei so einem Spiel, ich komm da nicht drauf klar Das soll ziehen Das soll einen beruhigen Mhm Dann zieh dich voll Noch bin ich nicht so weit, dass ich euch die Freundschaft kündige Ja, zieh dich voll Ja, ja Und Alter, das Arschloch Ach ne, andere Richtung Dieses blöde Brrrr Hm Das ist ja das Schlimme, das ist ne KI, die kann ich ja noch nicht mehr persönlich beleidigen Oh Mann, ich will auch Oh Mann Na endlich Hm Ich werd meine Karten eh nicht behalten Ha Oh, toller Zug Richtig Spaß Ja, hab ich gefickt eingeschädelt Dove KI Oh, schade, ich dachte, wir müssen ein bisschen mehr erziehen Nein Nein Danke, Enno, ich hab dich ganz verliebt Hihihi Haha Huhu Ja, also wir werden alle unsere Karten nicht behalten, hab ich das Gefühl So Das geht doch eh in die Hose, aber ich will sie wieder haben Gleich halt Ich werd eh noch wechseln, also von daher Naah Zurück, ne? Danke, aber jetzt hab ich weniger Ja Der eine Ich hab jetzt genauso viele wie du, also von daher Das Problem ist, du kennst meine Karten jetzt Ja, du kennst eine Und du weißt, dass die dann nicht bei uns in der Hand bleiben werden Oder ich zieh mich einfach unschön Wach dich Kai, Mann, verwach dich Du Ja, sehr gut Warum krieg ich die trotzdem, wenn das falsch war? Weil er irgendwie Juno gesagt hat Achso Ach man Ja, akzeptiere ich nicht Ach man Ach man Hör auf zu zin, muss Hör auf zu zin, nass Hör auf zu zin, nass Die Karten krieg ich ja Da geh ich sie doch nicht, die Karten Da hätt ich ja das richtig gespielt Ich hätt jetzt erst mal gedreht gehabt mit der Null Du lässt KI-Mempha gewinnen. Das wäre schon traurig, wenn jetzt die KI heute Abend gewinnt. Ich lasse die KI gewinnen. Obwohl, der zieht sich gerade voll. 10, 11, 12, 13. Danke fürs Überspringen, Arschloch. KI hier, zieh nochmal. Ne, das war glaube ich ein Fehler. Ne, boah, Glück gehabt. Boah, Glück gehabt. Ich hasse es. Alter, nein. Ach nee. Ach nee. Ach, okay. Mach ich, Enno, gar keinen Stress. Und wie fühlt man sich so mit 17 Karten auf der Hand? Geht's dir damit gut? Das freut mich. Das freut mich wirklich sehr. Ich spiel die KI-Karten. Ach Gott. Na. Na. Ja, KI und ich spiel zusammen. Alter, KI. Nein, Arsch, KI. Ach, Glück gehabt. Jetzt darf ich nicht vollziehen. Oh, nee. Nein, hör auf. Hör auf. Ja. Acht. Neun. Hör auf. Zehn. Elf. Oh. Enno, zieh mal ein bisschen. Arschloch. Du hast nicht mal welche zu machen. Nein. Du hast nur zwei. Entschuldigung. Schadenfreude. Das ist 17 Karten, das ist zu geil. Gern geschehen, Enno. Bitteschön. Dankeschön, Enno. Bitteschön. Ich will auch nochmal drin kommen. Nein, darfst du nicht mehr. Hast du jetzt verspielt. Enno kann halt einfach wahrscheinlich überall. Oh, das ist eine Sauerei. Ich glaube nicht. Dann macht es jetzt eine Runde rum. Das wäre geil. Und dann hast du es wieder. Nee. Weiter geleitet. Womit habe ich das verdient? Ja. Enno, kannst du dich nochmal retten? Fick dich. Ey, wir haben ein neues Top. Er hat 18 Karten auf der Hand. Woo. Ich hätte dafür gerne jetzt einen Comment. Ach, ernsthaft? Ach, ernsthaft? Ja, okay, gut. Ey, alles gut. Alles entspannt. Dafür hätte ich jetzt gerade echt gerne einen Comment, was für ein Kartentop ist. Richtig grün. Das akzeptiert. Nee, das will ich nicht. Hm. Ich? Ja, das gefällt ihm ja. Oh, nee. Oh, nee. Hä? Ha? Na, hab's doch nicht aus. 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 Ja, hab's nicht. Also, okay. Kann man auch mit leben. Ah, hier, Enno, jetzt darfst du. Na, ich hab's doch nicht aus. Na, Samma! Ha, 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 ha. Aber Enno baut ab, er hat nur noch 15. Wir müssen da was gegen tun. Du kannst mich mal. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. ich habe gerade richtig puls gehabt ich hasse dieses spiel ich habe heute kein anderes karton guck mal sie hat es zurück bekommen naja das ist nicht gut nicht für meine stimme nicht für meine nachbarn du musst das spiel hast ich kann nichts dafür dass es war halt einfach doof also den move habe ich jetzt nicht verstanden aber ich weiß immer noch stufe 1 gute frage okay gute frage nächste frage wofür haben wir denn 11 21 uhr ich würde sagen ohne durchzocken heute Nacht ohne durchzocken äh schauen wir mal wie die Laune dann ist ja ich glaube da ist noch nicht mal so viel runtergeladen ich habe jetzt gerade mal im hintergrund 7 nicht geöffnet auch gut du darfst nochmal wenn ja ich dir auch dann gönnst du jetzt KI Pudding richtig da werde ich jetzt einfach außen vor gelassen ja ich war alles gelaufen weißt du du tappst da einmal kurz raus um zu gucken wie der Download status ist und dann bist du gepf ff 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 courtyard ff 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 pf ffr ff 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 doughja, drei. paul du musst legen, sorry ich bin rausgetapped ich sollte aufhören tappen, rauszutappen jeb, solltestvi Raus zu fappen. Was? Wir sind hier immer noch auf PH. Eins, zwei. Nein. Ach, nein. Das passt mir nicht. Oh, tschuldigung. Das passt mir nicht. Ja, nein, ich weiß es nicht. Welche Karten will ich? Enno oder KI? Ich will KI-Karten. Ah, ne, scheiße, der kann jetzt legen. Ich bin doof. Du Mann, ey! Ah, er hat wieder... Nein, ich habe das Spiel geschlossen. Mann, ey! Kacke, nein. Arsch. Hätte ich meine Karten gehabt, könnte ich noch... Ah. Nee. Was hat der? Ha! Okay, jetzt hast du eh nicht mehr gewandt. Jetzt hat er 3. Sehr gut. Jetzt ist nur noch Enno relevant. Sag mal! Mann, ich kann schon wieder nicht legen. Oh Mann, ey! Kannst du nicht weiter arbeiten? Schade. Ich hoffe, er hat kein Grün. Ich hoffe, er hat kein Grün. Ich hoffe, er hat kein Grün. Aber kann direkt wieder. Jetzt ist doch, ich muss wieder ziehen. Sieben? Hallo? Ach? Oh. Oh. Bleib bei Grün. Das ist mir sicher. Da kackst du nicht, KI. Okay. Ja! Oh, Glücke. Warum musst du immer nur eine ziehen, Alter? Ja, jetzt ist es ja gematisch. Ich muss auf Geld wechseln. KI? Danke. Nein! Ich konnte nichts von uns legen. Das war nicht wahr sein. Jetzt hat er wenigstens Punkte bekommen. Na! Ah, du bist auch zweier Medaille. Sehr schön. Nein. Eine Runde noch? Ja. Okay, eine. Aber letzte Runde dann. Gucken wir mal rein, wie es hier aussieht. Ups. Ausgeklickt. Ja, ich darf mit 10 beginnen. Das finde ich gut. Das ist fair. Jeder, was er verdient. Karma. Ja, ist okay. Ja, dann hier bei Ihnen. Warte ich. Die legt. Die legt. Glücker. Hehehehe. Töne. Gemeiner Hinterhältiger. Euch immer werde ich immer. Ich hab dir nichts getan. Ach, sag mal! Warum trifft es immer mich? Und er nur erhöht mich im Plus damit. Elf. Noo. 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 Nicht gut. Die KI wird ein bisschen gemobbt gerade. Kann halt nix anderes drehen. Ja, ja. Hätte ich jetzt auch gesagt. Und tschüss KI. Okay, wir gegen die KI. Damit kann ich mich anfreunden. Ja. Und tschüss KI. Ich kann mich aber mit der Farbe nicht anfreunden. Mit der kann ich mich aber nicht anfreunden. Das mag ich nicht. Ah. Ah. Ich würde meine Karten eh nicht behalten. Ich hätte gern die. Dann ziehe ich mich halt da voll. Krieg mal hin. Ohhhh. Wo sind sie los? Ich habe eine rote Null. Die Drehschung. Oh, warte. Ich kann sie auch zurückdrehen. Das ist ja. Aber das will ich nicht. Oder will ich? Na komm, wir drehen nochmal. Wir lesen komplett. Spannung und Spaß. Das war jetzt Spaß und Spannung. Scheiße. Naja. Ja. Jetzt. Jetzt. Also. Jetzt. Ernsthaft? Wirklich? Was soll denn? 17. 17. Ach. Mannu. Nee. Das kann ich nicht für die Farbe. Er hat eine rote Null und gelbe was auch immer. Ha. Ha. Ich hoffe, sie kann nicht legen. Nein, kann er nicht. Ziehen. Dann wollen wir mal die da. Ich hoffe, ihr könnt es nicht wachsen. Die KI kann schon mal nicht. ZACHMA! Du bist freundlich. Und du die so hart gemobbt hast, die Runde. Ja. Das ist eine Frechheit. Bin ich raus. Ich schmeiß durch die Dinger.